So, hier hoch. Okay. Gehen wir hier hoch. Ah, morgen endlich das Gespräch. Kann ich endlich mal ein bisschen mehr Geld ausgeben. Wieso müssen Leute immer so extrem auf sicher gehen und so, wenn man krank ist und blablabla. Neue Grafikkarte kaufen. Dann leckt wahrscheinlich. Hoffentlich regt nun nicht so komisch. Ich habe so viel FPS, aber es leckt immer wieder kurz im Moment. Vor allem hier in der Stadt. Das zieht die FPS kurz für eine Sekunde runter. Auf 15 hier vorher gerade. Momentan zieht es runter auf 19. Und wir haben irgendwie die Quest hier nicht. Oh scheiße, ist die dort oben. Okay. Wahrscheinlich wieder im Haus. Ja. Marmolette Verfassung. Okay. Schauen wir mal die Quest an. So, wo hin die führt. Also erst mal ins Kaledal. Sollten mal weniger am Morgen spielen. Ich bin immer am Morgen online und dann haben sie keine Gegner. Jetzt fühlen sie sich sehr einsam und trauern und wollen aufhören. Das Spiel wegschmeißen und alles mögliche. Oh je, oh je. Normal ist die Action. Ich bin zwar auch manchmal am Morgen online. Aber ich mache ja keine, äh, in der Kriegszone mache ich ja nichts. So, gibt es hier wieder eine Weihnachtsbaum. Ne. Die wollen hier nicht mehr aufkreizen. Jetzt schon drei Tage. Ist hier nichts mehr. Das wäre halt das so schlimm gewesen. Sie liegen halt auf dem Weg. Ja. Kann man nicht viel machen. Ja, bringt nicht viel. Bringt nicht viel. Hm. Schade. Hm. Okay. Gerne. Ja. Das applied. Ja. Wir können hier eine Kriegszone. Ja. Und wir müssen jetzt hier eine Grüne gießen. Ja, ich kann hier ein paarpunkte. Und wir können die An세fläche rein. Unterschriften sammeln. Okay. Ja, sehr, sehr. Gute, Chris. Natürlich. Unterschriften sammeln für meine Abonnenten. Da, da. Und schon. Da, 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 da. Okay. Der Schwerttrainer. Jetzt, ähm, hier oben. Wahrscheinlich alle Trainer wieder ausfindig machen. Ja. Als ob man nicht zweimal hier könnte. Da gab es ja zwei Trainer. Aber nein, man muss ja laufen. Das ist das Aufregelste und Coolste, was man machen kann. Laufen. Vor allem so langsam. Da erfreut sich das, das jeden Wanderherz. Ja. Naja, viel hat es auch nicht gegeben. Hm. Der Nächste bitte. Okay, nach Hauptstadt muss ich auch unterwegs. Da muss ich hin. Gehen hier unten durch. Ja, wirklich weg. Ja, toll. Jetzt haben sie alle Steine. Was ist denn los? Die Egan sind wohl wahrscheinlich alle schlafen gegangen. Um diese Zeit. Ja, ja. Also gehen wir unten durch. Ja, nicht ganz unten. Und dann mal schauen kurz, ob hier der Weihnachtsbaum weg ist. Aber irgendwo ein neues. Ja, er ist weg. Hier ist aber noch eine Kiste. Genau hier ist es da. Es ist irgendwie sehr leer geworden. Alles in Offline. Einander in den Games ist jetzt immer noch downtime. Aber momentan hier... doch hier ist einer. Sogar ein sehr schwerer. Aber... ja, einer. Das verlassendste Online-Rundspiel, das es gibt. Es ist klar, alleine ist es halt nicht so spannend. Aber mit mehreren ist es richtig genial. Und dann brauche ich auch euch. Und ja... Ich weiss nicht, ich werde das Let's Play wegen Paar nicht einfach aufgeben. Nur weil Leute nicht kommen. Aber es wäre schon mal Zeit. Finde ich. Ja, hoffentlich finde ich bald einen. So die vier oder fünf, die ich hatte anfangs. Dieses... Dieses... ähm... Diese Session... Die sind jetzt alle weg. Schade drum. Es gibt einfach zu viele andere geile Games. Aber das richtige Potential kennen sie nicht. Das ist doch richtig genial. So ein... Dreiländer Krieg und so. Das hat Potential. Das ist besser als diese Eco-Shoot und so. Das ist cool. Da kann man die Schule richtig angeben. Oder mit der Andab. Aber so richtig. So... Und hier drinnen. Toll, keine Quest abgeschlossen. Nach Monsugni und Birke. Okay, das mache ich dann alleine. Ähm... Ich beende mal diese Folge. Es ist wenig los. Und ja... Ich habe auch nicht ganz so der Bock. Und... Ja, mache es dann morgen. Vielleicht bin ich dann besser. Heiterer unterwegs. Ja. Ich danke für euch. Äh... Fürs Zuschauen. Und ja... Hoffentlich haben wir nochmals so viel Spass wie beim Trollen. Und... Ja. Okay. Tschüss. Bye-bye. Und gute Nacht.